Wir befinden uns heute in London und testen das neue Adidas Exhibit Pack. Und wir haben einen coolen Profi am Start. Komm, mach Risiko. Soll ich mal ein bisschen Risiko gehen? Komm Jan! Jawoll! Der muss ja auch überlegen, ob er raus muss oder nicht. Oh, was war denn das? Stark, Alter! Schönes Challenge für den Keeper, mein Lieber. Hammer, ne? Ich glaube, jetzt mache ich Beine. Ja. Mit Ansage. Das ist unmöglich. Ja, ich glaube, es ist schlau, wenn man ein bisschen in die Ecke chipt. Oh ja, ein paar Sprints wären das gleich. Beide ready? Oh! Oh! Hat er! Oh! Nicht schlecht! Lukas, wir führen! Okay, weiter nach hinten! Ready? Ja! Ei! Ganz stark! Ich wollte ihn eigentlich so ein bisschen anspinnen, aber er hat irgendwie keinen Spin gekriegt. Okay, ich klatsche! Ei! Stark! Macht er! Ja, gut! Ich kann in Führung gehen! Ah, er ist noch nicht ready! Er war auch nicht ready! Oh! Zack! Nice! Junge! Was ist mit mir los? London ist zu windig! Echt, ey? Heldtor überragend! Stark! Muss ich dem Torwart jetzt wieder die Grenzen aufweisen? Ja! Jawohl! Stark! Das ist meine Challenge, Jungs! Das ist mein Ding! Ready? Nein! Alter, der macht das stark! Erst mal rennt er und dann dreht er sich irgendwann um! Zu viel Abstand darfst du nicht nehmen! Ja! Verlierst du zu viel Zeit! Oh! Stark, Mesut! Topspin! Zubasa! Druck da! Du musst jetzt treffen! Damit du gewinnst! Ich spür dich im Nacken! Oh! Souverän! Oh! 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 Mesut wollte mich erst mal austricksen mit seinem Klatschen, ne? Äh, äh, äh! Ne, ich wusste nicht, ob ich dran bin! Ach so! Ich dachte, ihr wollt mich pranken! So, letzte Position noch, ne? Du kannst es noch richtig veredeln! Ja! Nein! Er kommt nicht mal an! Topspin! So Felix, 5 von 5! Keine schlechte Quote, oder? Wenn du 5 von 5 machst, dann kriegst du meine Schuhe! Kriegst du auch meine! Darf ich nicht abgeben in die blaue, aber kriegst du! Egal! Dann krieg ich rote! Kannst du haben, ja! Ich sorg dafür! Ja! Ja! Oh! Alter! Wie schnell ist der denn gelaufen? Dardjan! Gut, Junge! So Leute, das waren die Challenges mit Mesut Özil! Ich hoffe, euch hat's gefallen! Schreibt doch mal in die Kommentare, wen ihr am besten fandet! Und jetzt könnt ihr noch einen signierten Schuh gewinnen! So Felix, was muss man tun, um diesen Schuh zu gewinnen? Abonniert den Freekickers Channel, liked dieses Video und schreibt mal in die Kommentare, warum ihr diesen Schuh haben wollt und was euch besonders an Mesut Özil in diesem Video gefallen hat! Ist ein geiler Schuh, ich würde mitmachen! Ich würde es auch mitmachen! Jungs, dankeschön! Dann danke! Es hat mir sehr viel Spaß gemacht! Auf jeden Fall! Danke! Macht's gut! Torwart! Viel Spaß! Anstrengend! Danke! Der Keeper komplett fertig! Gibt's immer!